Sie wollen den Vorgang des An- und Abkuppelns so schnell und einfach wie möglich machen? Dann brauchen Sie Unterlenker-Schnellkuppler. Wie diese funktionieren, das erfahren Sie jetzt. Wir alle kennen das. Man fährt rückwärts an ein Anbaugerät und dann passen die Unterlenkerbolzen nicht richtig in die Unterlenkeraugen. Also wieder aufgestiegen, vor- und zurückgehoppt, wieder abgestiegen, dran rumgeruckelt und irgendwann passt es dann endlich. Das passiert bei allen Anbaugeräten, wie zum Beispiel am Flug, am Schneeschild, am Heckcontainer, an der Ballengabel, am Düngerstreuer und und und. Mit diesen Unterlenker-Schnellkupplern geht das viel einfacher. Sie fahren rückwärts unter die Unterlenkerbolzen. An diesen haben Sie schon Unterlenkerkugeln befestigt, heben die Heckhydraulik an und schon sind die Unterlenker angekuppelt. Auch das Abkuppeln geht viel schneller. Einfach den Verschluss am Unterlenkerfanghaken anheben und schon löst sich die Verbindung. Wenn Sie zusätzlich an dieser Öse noch ein Seil oder eine Kette befestigen, geht das auch von der Fahrerkabine aus. Wer außerdem einen Oberlenker mit Fanghaken hat, braucht dann beim Abkuppeln zumindest gar nicht mehr absteigen. Sie sehen, einfacher geht es nicht. Entscheiden Sie sich darum jetzt für diese Unterlenker-Schnellkuppler von FK Söhnchen.